hey leute willkommen zu einem neuen video gerade eben habe ich ohne aufzunehmen mit euch gesprochen ja das kommt vor also erst einmal entschuldigung dass wieder ein paar wochen vergangen sind von meinem letzten video mein laptop hat nun endgültig den geist aufgegeben aber nun habe ich für ersatz gesorgt und hoffe dass ich nun wieder regelmäßig videos drehen kann und zwar möchte ich euch in diesem video einfach nur informieren über eine meditationschallenge die ich an einem blog gefunden habe und zwar funktioniert es so dass man täglich e-mails zugeschickt bekommt in der einfach beschrieben wird welche art mit dazu man durchführen kann und die hat eigentlich schon am 5 juni angefangen doch ich habe auch erst später davon erfahren und es war kein problem sich noch nachträglich anzumelden darum müsste es bestimmt auch jetzt noch gehen ja und ich mache auf jeden fall mit und wenn ihr auch dazu lust habt dann meldet euch da auf jeden fall an ich halt gibt auch einfach dass man irgendwas hat damit man auch regelmäßig mal dazu kommt sonst sagt man es ja immer und macht sich wirklich finde ich diese idee derjenige der hatte ziemlich gut ich verlinke euch alles hier unten ich weiß nämlich genau nicht mehr genau wie derjenige heißt der das ins leben gerufen hat ja und dann schreibt mir doch in die kommentare rein wer da alles auch noch mit teilnimmt also es lohnt sich wirklich ihr bekommt wertvolle informationen wie er noch mal verstärkt meditieren könnt was da noch zu beachten gibt und ich glaube es gibt sogar noch eine facebook gruppe in der man aufgenommen wird in dem es sich ja noch mal austauschen kann also lohnt sich auf jeden fall und ich wünsche euch noch einen wundervollen tag nachmittag nacht bis dann ciao leute